Hallihallo und Herzlich Willkommen zurück zu ECO mit dem chaoten Trio, äh, nein, was heißt M4? Quart, mit ECOFresh. ECOFresh. Einfach chaoten Leute, die chaoten Leute. Komm schon, ja, genau, Abkrieg ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt meine Sicheln? Da stehen schon die ersten Häuschen. Ich hab' ne Sicheln gemacht. Ich hab' keine Ahnung, ich hab' keine genommen. Nimm mal zu hungry, Tobias. Ich mach' Holz. Gugel, gugel. Gugel, wo wäre? Ja, hier war'n Gugel, Gugel, was grad' hier rumgegugelt hat. Umgegubbelt, gugbel, 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 gugbel. Gugel, gugbel, gugbel, gugbel. So, jetzt hab' ich. So, benutzen. Äh, place, zum, hm, kein Kraftstoff. Nee. Kann ich, warum kann ich das überhaupt einsammeln? Kann ich nicht, einfach die Scheiße da reinschmeißen. nicht ich brauche mir meine ich kriegte aber gar keine pflanzenfassung raus doch jetzt doch da stehen die die jetzt auch mal landen ich hab keine ahnung ich wollte einfach mal sehen okay nein nein so jetzt haben wir aber pflanzen und jetzt können wir uns den vorschuss tisch machen das ist der falsche forschungstisch dafür wohnen wir stein noch wieder voll ich will essen machen das auszupacken ist das da überhaupt stein ja ich habe schon ja das kennen wir um woher hallo wolfie nach so 20 stücke ich weiß ob das ist reicht aber dann halt ich fern von der will ich umlegen okay dann kommen wir jetzt mal kurz hier gucken vorschuss tisch der wird jetzt gebaut nicht eigentlich so ein lager markieren lager markieren naja da wo sie verbindet du kannst ja mehrere von den dingen haben wir schmeichern ja muss allerdings auf dem werkbank denn hingehen und muss dann sagen speicher und dann kannst du ja aber ich möchte neun haben ich wollte so nah hast du die ersten jagen ach hier wie kann man das wieder aufnehmen ok schon wieder 36 hier ist echt doof dass man nur immer 36 holz anbeln kann sei froh dass da sie da ein gut geschmeckt hatte das stimmte ich bin die mal hinter dir mein gott das ist schön roh schmeckt auch ich bin kann die bale ich erst alles was roh ist habe ich eine schottbank attitude du lass mein wolf in ruhe hey lauf nicht weg ich hau dir eins über dem schädel wo ist er schon wieder wir sehen nur wie irgendetwas hier lang gehörte dein tier was ich weiß nicht warum du willst ich auch nicht so jetzt brauchen wir wieder holz 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 ich sammeln doch gerade ja wahrscheinlich brauche ich dafür irgendwas watschermäßiges ähm ok ich bin gerade fest 123 golfi komm mit warte mal konnte man das nicht in andere richtung machen oh ich glaube euch sind auch in wild ich muss schon wieder essen ok eure richtung geht nicht runter du bist so hungrig du bist so hungrig machen wir erst mal 50 stück dann arbeite ich eigentlich doch meinst du das ja wenn ich bin bin ich ja wieder was essen wenn ich dann arbeite dann weiß ich doch irgendwann kann ich gleich was essen da fängt das neben doch erst an 66 jahren da fängt das eben an kann ich mit den brettern irgendwas machen außer bretter wahrscheinlich nicht aber mein Magen ist endlich mal voll so ich bin zu rum das machst du und er will keine Tomaten ja toll es wird erstmal nun vier das wird nicht schönes kannst du nicht irgendwie mal ein Fenster drin reinpacken ja kommt ja noch kann man ja auch noch rausnehmen ach ich wollte erst mal das grundkobus drinnen haben so und das hier ist jetzt Spaghetti ich mach die gleich an Soße Pflanzenfasern wie kriegt man die denn raus ist das jetzt wieder falsch mit der stein sich 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 dann musst du rasen mähen ich gehe mal davon aus um zu level brauch ich den forschungstisch richtig ja ne jein vielleicht weiß ich auch nicht bin mir auch nicht ganz so sicher du kriegst ja irgendwann punkte irgendwann kriegst du sterne und dann kannst du diese sterne vergeben sterne ja der stein sich wie kann ich die denn machen da ist die stein sich drei holz und drei stein stein also wir müssen ja auch nur grundstücke markieren habe ich schon warte mal Ulfi da bist du wieder Ulfi sei doch nicht sauer nur weil ich den gelten Bruder gegessen habe ok Alter ist ja voll pissig stein haben wir kein stein ach so jetzt verstehe ich das prinzip ok warum haben wir kein stein du kriegst denn den stein ne stein bei Karin erwarte ich gleich eine fette Hütte alter eine richtig fette Hütte da erwartest du zu viel ne das hier stein so aber hier erstmal ein Lager groß ok wer ist berechtigt ok ok ich bin rot ok ok rot rot ich glaube rot also bei mir würde es tun das grün einfach ja so so da haben wir das nämlich fertig wir machen jetzt eine Steinsichel und dann Fasern sammeln und dann mache ich mir einen Fall und Bogen und schieß doch an den Arsch warum hat er dir getan er hat Wolfi getötet no gigantit neue Füße bock auf Wolfi wir haben doch Holz und Stein bock auf Wolfi bock auf Wolfi aber hier ist Wolfi ich hacke dich guap aber es ist doch nur Wolfi er sieht echt lecker aus jeder wie geht denn das kann der da nicht ans Dingsen ran muss ich das mit dem Inventar haben was wenn ich jetzt hier was bauen möchte oder so geht der nicht ans Lager ran doch wer ist das denn hast du was umgestellt nö keine Ahnung ich habe nichts umgestellt weil so war ein bisschen steigend sicher machen ja ja so geht es jetzt faktisch hätte ich muss noch mal irgendwann ja kann ziehen ausgeschaltet und was warum hast du es ausgeschaltet ich habe nichts ausgeschaltet doch bis oben rauf gehen auf den grünen dann machst du das aus ok jetzt aber warum wir haben doch Stein ich muss erstmal ich möchte das große Lager erstmal hä warte jetzt was hä fehlen ach so es fehlt sieben Rock und also sieben stein und drei holz und wir haben doch hier so viel holz bringen wie für holzbruch denn mit dem sich hin die die wieder zu faulen um nach oben zu kommen oder was sag ich doch ach was schau mal was bei dir drin ist hä das verstehe ich jetzt nicht ach was die was ach so ich hab das aussehen ausgeschaltet rechtsklick ok aber mir die schuld geben darf ich mir sonst oh ha was ist das denn hui oh ha 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 okay ich bin verwirrt ich bin verwirrt ich bin verwirrt chrisi pennt jetzt auch Aber wir haben doch genug Steine und sowas da drinnen. Warte mal, kann man das hier irgendwie abbrechen? Ach, das kann ich nicht. Ah, okay, weil das ist bei mir in der... Warte mal, abbrechen. Probiere das mal abzubrechen, Lisa. So. Ähm, wie brecht man denn ab? Oh, hast du schon. Oder? Nee. Du musst das selber abbrechen. Ach so, okay. So, zack. Hä? Ja, ich möchte es abbrechen, genau so. So, und jetzt wird deine Sichel hergestellt. Super. So, hast du die jetzt oder hab ich die jetzt? Die müsste eigentlich im Lager sein. Im Lager, okay. Herstellung. Was würdest du tun? Ja, da. Kann ich nur eine begänzende Anzahl an Lagerplätzen bauen? Nö, eigentlich nicht. Ist dann keiner, hat irgendwas eingestellt? Nö. Also, das geht nur, wenn du, äh, wenn du den Bereich geclaimt hast. Ach so. Okay. Stehst du vielleicht drin? Nein. Geht nicht. Ich frage lieber nicht. also ich konnte meins ohne probleme bauen aber ich wollte dann noch ein weiteres bauen kann ich ja jetzt wieso fehlt denn schon wieder holz ich hatte ein bisschen holz genommen das wird gerade hergestellt hat heute also massiv holz oder was brauchst du holz tech also mein kassolz tech also holz das ganz normale holz klötze ja warum sieht er nicht an weil er sagt die fehlen hexenjagd diese funks gibt es ist ja wenn du das gekämpft hat das ist ja theoretisch ja jetzt geht es okay berechtigt kann man aber ja nicht aber du kannst davon auch nutzen also wo ist denn jetzt das problem ich bei mir zeigt ja dass wir kein holz haben deswegen aber wir haben doch hier genug holz ja deswegen ja man muss sich vielleicht erst mal ehrlich alles claim hier ich will ich will das hier und so ich kann nur massiv holz immer holen ah ok jetzt kann ich hier einstellen visa kann darauf zugreifen ja und visa kann darauf zugreifen so jetzt probier mal ob du das jetzt kannst ich möchte jetzt eine holz hacke und der sagt mir immer noch null holz ach musst du vielleicht auf den speicher gehen zeigte die das jeters lager zeigt die das an da an bei speicher bei speicher jeters lager aber er ja es kann auch sind du musst die beiden pfeile auf rechten seite musst du beide anmachen ja deswegen alles klar muss lernen ja gut dann kann ich jetzt herstellen ja jetzt zeigte mir an dass ich was herstellen kann na siehst du ich mach nochmal 40 mal die sache läuft 50 mal holz beauftragen so jetzt kann ich auch was ah ok jetzt geht's jetzt geht's voran jetzt starte dich durch hier darauf erst mal wolfie die männer sind da so arschig gerade der dieb richtig ärger hauptsache kein boot sieht erstmal heim palast wieder hin ich hab doch richtig was das ist eine kleine bude was hab ich getan mein boden besteht aus erden er erde nicht erd erden erden ja gar keine gaming handschuhe an landet ihn jetzt schon wieder mal holz sagt mir dass du nicht an ok hast du dann geboten holz hacke ok ja ich stehe jetzt voll durch hier voll durch ne die hat oh ich hab das falsche genommen nein auch noch nicht so jetzt müssen wir eben kurz gucken ob wir hier im boden oder was ist das hier in der säule da sind die boden cool wenn das jetzt oben ist ja doch so schnauze nein ich möchte den gerne da oben drauf machen ja hat das spiel eigentlich logik ja also das wenn wenn ich jetzt auch wird eine komplette mauer einfach erde wegnehmen dass das zusammen wird nein ich glaube ja so schön ist es dann glaube ich nicht das sollte ich vielleicht nicht mal weiter machen ähm muss man auch äh eine gieskanne haben wäre wahrscheinlich besser so wie die das frei ja man kann ja keine gieskanne machen ja dann plus keine gieskanne alles klar ich habe es gesehen toll so wie die das war jetzt diese folge ich muss einen kurzen kleinen pause machen bin aber gleich wieder da dann sehen wir uns in den nächsten folge tschööööööú tschöööööú